wasserschleuse betätigt neue freunde dazu geworden die wir jetzt unterstützen müssen die hier irgendwo in lang latschen und weiter geht's mit dem guten alten cold rain immer noch nichts ich guck erstmal hier lang in letzter folge ist ein wasser abgelassen das heißt ich kann jetzt hier mal ein bisschen besser umschauen scheint es einen aderschlüssel zu brauchen ok da ist eine tür wo ich einen schlüssel brauche und da sind wieder giftfransen oh hi jungs die ko konzentraten benutze ich gar nicht ich habe ehrlich gesagt gar nicht brauche oh man fuck boah alter viel aus aber nicht genug der wecker was sind das auch nicht für typen also sind diese großen typen von den einem soldaten die die leute hier halten fest aber nix jetzt wieder bergab what the fuck okay der sieht ungemütlich aus ich geh erstmal hier hin das ist auch irgendwie stärkere gegner oh man na dann das ist ein miniboss okay what the fuck dann mich doch gleich mal und rank okay alles nicht pfff alter dieser charge Nein, 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 nein! Verfolgen mich die blöden Teile. Alter Schwede! Der ist aber ganz im Bild, der Kerl. Okay, puh, boah, der hat viel gegeben. 1600 hat der Typ gegeben. Puh. Hier bin ich doch gerade gewesen. Da kommt der Typ der auf einmal. Oh, fuck. Wieder einer von denen. Oh mein Gott. Wo ist denn der einer von denen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Typ ist doch neu. Wenn man die einmal so immer zwischendurch anhittet, habe ich das Gefühl, dass sie nicht zum Schlag kommen. Könige in Eisen. Oh mein Gott, ich weiß an denen. Was ich sonst noch nichts zu tun habe. Ich habe mich aber richtig verarscht gerade. Ich glaube, ich habe den Demo und den Finisher angefangen. Holy shit, ey. 8400, da bräuchte man wieder einen Speicherpunkt. Adlerschlüssel, da haben wir den Adlerschlüssel. Jetzt kann ich da durch die Tür. Adlerschlüssel. Was ist das denn? Oh Mann. Und schon sind wir wieder in Schnatterhausen. Scheiße. Da ist doch bestimmt wieder irgendeine Falle. Momentan. Oh Mann. Was ist das denn? What the fuck? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ach so, einer. Wo ist bedeckter Schlüssel? Oh Mann, ey. Okay, das ist auch so ein Schlüsselwächter gewesen. Wollen wir echt mal gucken, wo ich noch nicht war. Da ganz oben. Heute eine Grube 33% habe ich erst abgeschlossen. Holy shit, ey. Da war ich gerade, oder? Ne, da waren diese komischen Stachelviecher. Wir müssen noch auf die andere Seite gehen. Okay. 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 Martha. What the fuck? Oh, das sieht ja voll eklig aus, ey. Okay, die machen so einen krassen Charge nach vorne. Die hier. Geht gestorben. Okay, okay, okay. Das ist eine große. Ah! Ich brauche dringend mal ne Mistel. Ich brauche dringend mal. Okay, wird mir trotzdem nix, weil ich halt immer noch ne Mistel brauche. Ich brauche dringend mal. Okay, das versteckt man mal in Talente aber richtig bis 114, aber dafür wesentlich weniger Damage. Das versteckt uns Talente. Wiedergängerwerkzeuge, das sieht auch nice aus mit der Kapuze. Die nochmal mit, weil es verstärkt Lebenspunkte technisch nicht viel, aber die Magie wird halt verstärkt. Okay, jetzt kann ich hier gegen die Typen kämpfen. Ich meine, wenn ich mich hier allzer blöd anstelle, sind die relativ einfach zu besiegen. Ja, wisst ihr nicht auch, als ich gesagt habe, dass man sich nicht allzer blöd anstellen würde? Einschlag und ich bin halt am Arsch. Oh, ich habe es eigentlich schon kommen, sie ist nämlich gerade niederbretzelt. Mein Gott, ich bin bei 13.000. Ich müsste langsam mal hier irgendwie mal irgendwo was finden. Ja, natürlich. Oh gut, das geht natürlich auch. Oh Mann, wollen wir wetten, ich gehe da hin und da kommen die Typen hier hoch? Da ist doch schon wieder einer. Ja, da will mich der ja nur hinlocken. Kack, Saudi. Da will ich ja nur, dass ich da... Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann hat er mir so komische Feuerbälle ins Gesicht geworfen, weil er so... Ne, so eine Blitzbälle... Ach, scheiße. Jetzt muss ich halt echt lange weiter latschen. Obwohl, so weit ist es gar nicht. Ah, hier habe ich die Dinger gesetzt. Doch ganz schön weit. Ich kann das jetzt nicht ins Wasser fallen oder so. So. Schon ganz gut. So. 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 Oh nein, ich muss sie überdienen lang. Kann ich den anderen auch da rein machen? Das ist richtig praktisch, wenn man die da jetzt einfach... Im Gegenteil mal. So weit war es jetzt doch nicht. Ah, fucker. Nein, vergiss doch mal diesen zweiten Schwinger, den die machen. Fuck. Jetzt kommt hier irgendwo einer hoch, war das nicht so? Den kann ich ja mit dem Feuerball wieder runter prügeln. Ich bin... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1000 und ich den typen hier hat irgendwie erst mal kann ich mal ein bisschen häufiger benutzen dieses eco konzentrat anti langsam okay ich habe ein ganz mieses gefühl was jetzt kommen wird ja genau zu fach und der höchsten anderen zwischen los kacka hat deren dicke schwert alter schwert hat deren ding in hand ich habe vergessen dass ich meine waffe ja auch zum blitzwaffe machen kann der wecker und da gibt es eine truwe hanimukuro was ist das denn für geiles ding hanimukuro ist sogar ein bisschen besser ist auch normal von der geschwindigkeit hat sogar geschickt b mehr skalierung basis schaden ein bisschen weniger katana nach und von den gewungenen schneideklänge haben wir wieder gegen kuro an dem kuro ja da ist hier gar nichts oder ne da ist doch tatsächlich nichts weiter obwohl hier geht es noch weiter das ist es ist der reich weh Da ist einer von drüben Spackmann Du bist derjenige, der verletzt uns. Ah, hier habe ich halt nur die Dingsbums angemacht, ne? Da gibt es schon noch einiges zu entdecken hier in dem Gebiet. Mit 33% von dem ganzen Scheiß hier entdeckt. Hier hinten bin ich nicht weitergegangen. Komme ich denn da hin? Da ist auch die Miste. Da muss es irgendwie hingehen. Das sind zwei von denen, die irgendwie auf die andere Seite kommen. Das ist ein Gewichtgang. Das ist genau... Habe ich denn irgendwas gesehen? Da ist aber auch ein Weg, oder? Wer sieht das so aus? Was wäre denn nur ein Weg? Ich glaube, wenn ich hier einmal außen rumgehe, dann müssen wir das sehen können. Genau da drüben. Da war ich nämlich auch noch nicht. Okay, da bin ich jetzt wohl doch ein bisschen geschlampt. Oh. 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 Okay. Okay. Ja, hier war ich noch nicht. Hinten an der Seite. Boah. 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 Wie war ich schon? Hä? Die? Dann war ich da drüben doch schon. Ne, da war ich noch nicht. Ne, ne, ne. Hier war ich noch nicht. hier oben. Das ist nämlich der Gang, ne? Wo die... Nee doch, hier habe ich schon... Ah, okay, das ist das zweite Feuer. Was ich jetzt entzündet habe. Damit der Nebel sich ein bisschen aufklart. Und da oben ist mich die Mist, öl. Ist das ein Gegner oder ist das ein Stein? Gott sei Dank. Okay, wenn der durchdreht, dann ist aber echt nicht gut Cushion essen mit denen. Alter, die sind aber ganz schön schnell. Holy shit, ey. Okay. 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 Flock. Ein Speer, okay. Okay. 24.339. Alter Schwieriger. Wenn ich da mal nicht upleveln kann. Talente erwerben. Wir sind gerade hier. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt mal wechseln auf Hermes. Hermes verringert meinen Schaden. Erhört aber für meine Lichttalente. Oh, ich kann die Waffe nicht mehr tragen. Ich kann nur noch schwere Waffen tragen. Ich kann das andere aber wieder tragen. Hanemiko konnte ich nicht mehr tragen. Okay. Ich habe das. Lebensschub auf jeden Fall. Ausdauerschub. Sprinten mit und dunkle Impuls. Okay, kann man mal ausprobieren. Mit jemandem geschossen wieder Blutschuss. Flammenspitze. Ein Teleport, der immer ganz nützlich ist. Was war das? Blitzwaffe. Giftwaffe. Also was kann der? Schwalbenschlag. Das kann ich vergessen. Paralysewiderstand. Das ist wieder passiv. Lichtkugel. Frostangriff. Waffenverteidigung, physische Angriffe. Dann haben wir die Kugel auch mit. Gut, wo geht es jetzt aber allerdings weiter? Also hier geht es nicht mehr weiter, so wie ich das richtig sehe. Hier habe ich jetzt tatsächlich alles gemacht. Ich wisse hinwärts nicht, wo ich jetzt hier noch weitergehen will. Aber ich gehe jetzt hier doch noch weiter. Ich glaube aber nicht. Die Karte ist ja jetzt hier komplett aufgedeckt. Na gut, ich glaube ich mache mal hier einen Cut. Und werde es dann mal für diese Aufnahme-Session lassen. Ich freue mich allerdings auf die nächste. Das war richtig richtig cool. Hat Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal, ich weiß nicht, die Karte, die hat 50% haben wir erforscht. Ich müsste halt unten noch viel machen. Ich müsste halt nochmal zurückgehen, unten viel machen. weil ich glaube hier habe ich jetzt tatsächlich alles erforscht. Aber unten habe ich halt kaum was gemacht. Na gut, ich würde sagen, das schauen wir uns einfach mal beim nächsten Mal wieder an. Gut, danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.